so neuen ist ja okay mit seifen mit der blase oh mein gott nice nice fireteam spare rations Was ist das Dive Count? Oh, Stasis hat Kennen? Remind them, we're not in danger. We are the danger. We are the danger. Oh, yeah. We are the danger. Jo. Alter, die Rüstung. Okay. Sehr interessant. Es gäbe einen Grund, warum ich diese Season spielen wollen würde. Oh mein Gott, no way! Fishing! No shot. Einen Grund, warum ich eigentlich ein bisschen überlege, diese Season zu spielen. Die Waffen. Warte mal, nochmal im Schnelldurchlauf hier. Warte mal. Ja, das stimmt. Okay. Weltraum. Ja? Also, Leute, die da durch das Portal auch durch wollten, sind komplett zerscheppert worden. Cool. So, stopp, 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 stopp. Oha, Alter. Sie ist anders cursed, Alter. Sie ist einfach anders cursed. Committee Commander Sloan requesting emergency support. Okay. Das ist auf jeden Fall neu. Ich, das kenn ich nicht. Das, das, das war noch nicht auf Titan. Das auch nicht. Das, das, das kenn ich nicht. Also, es sieht wie Titan aus halt, Titan Structures, aber es sieht nicht aus wie, also, das ist ein neues Gebiet. Oder ein kaputtes Gebiet. Vielleicht ist ja alles ein bisschen durch, durchmischt oder so. Jo, was ist das für ein Helm, Alter. Ja. What the fuck? Okay, also. Jo, das wird so cool, ne? Ja, cool beim ersten, zweiten Mal wahrscheinlich. Jo, das war nicht. 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 Junge, was bist du, Alter? Oh mein Gott. Ein Auge. Bis die Dichs auch so lange bereit haben, um die, um die wirklich an Mann zu bringen, diesen Survifen. Bye Gott, Alter. Ah. True enemy. The witness. Jo, die Taucheranzüge? Fucking wild. Then it's just a matter of, well, diving into the depths of the methanes. Ey, ich schwöre bei Gott, Call, das Ding wird ein richtig geiles Dungeon haben. Wirklich. Wenn das auch unter Wasser ist und so, dann... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht unter Wasser ist, aber... Ich habe ein bisschen Angst, dass das, ähm, dass es so eine Luftmechanik ist. Ja, ist es. Safe. Du musst immer durch diese Blasen. So was hasse ich. So was kann ich in keinem Spiel, ähm, Alter. Schrecklich. Hm. Vielleicht hast du ja durch diese Rüstung einen viel besseren Effekt dadurch, oder so. Guck mal, hier zum Beispiel, das ist jetzt... Das sieht nicht mal unter Wasser aus. Das sieht jetzt... Wie so eine große Luftblase unter Wasser aus. Oder? Erstmal, was ist das hier? Okay. Taken Waffen. Sehr sick. Auch wenn es einfach Reskins sind, aber wenigstens Taken Waffen. Okay, neues Schwert. Amogus. Yo, der Scope ist wild. Sieht sehr schön aus. Ja, das ist Headstone. Die fucking Dings will Headstone haben. Hä? Das sieht richtig sick aus, das Ding. Gucken, was das kann. Das sieht so aus, als wäre es ein Auto-Rifle. Wahrscheinlich, wenn du genug Kills gemacht hast, dann schießtest du automatisch einen Schuss ab. Und der... Der amplifiert alle. Oder so. Oder joltet die. Sieht aus wie ein Jolt. Ja, das ist ein Jolt. Ja. Jo. Können wir bitte kurz über den fucking Hunter Finisher reden? Der ist schon cool. Das ist der Move, der Kratos ganz gerne macht. Ach, lol. Auch genau das Katana ist von Ghost of Tsushima wahrscheinlich. Ah. Ich würde mich mal so in den Raum stellen. Das wird wahrscheinlich so... Alter, was ist denn der Warlock, alter? Guck ihn dir an. Junge. Okay, das ist der Titan. Den Hunter hat man am Anfang gesehen. Und sie kann nicht so gut atmen, alter. Ich call's jetzt schon. Die wird einfach pro Woche mehr taken. Safe. Okay. Dann gucken wir jetzt nochmal auf Bungie. Ne. Weil... Why the fuck not. Dort net. Weil... Da wird das jetzt auch gezeigt. Ähm... Oder auch noch nicht. Season. Season des Widerstands. Ne, haben sie noch nicht draufgepackt. Schade. Wäre cool gewesen. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt.